Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Worms Clan Wars. Ja, heute nur zu dritt dabei sind oder ist die Ani. Hallo Ani. Der Black ist dabei. Hallo Black. Und natürlich das Mäu und wir spielen Fulwurmarsch und das bedeutet wir haben alles unendlich zur Verfügung und 200 Leben. Aber jetzt geht's los. Alter. Ist das der Esel? Es ist der Esel. Au. Nein. Ja, auch ein Wurm mehr. Echt jetzt? Au. Au. Ach nö. Das scheiß Esel, Mann. Nein. Ach man. Ja, geht auf jeden Fall ab. Ach, warum bin ich jetzt auch noch als letztes dran? Wir spielen Runden basiert. Wer zwei Runden gewonnen hat, hat er alles gewonnen. So, also, ne? Wer jetzt hier die erste Runde gewinnt, der... Ach du Scheiße, ihr seid doch bescheuert. Erstmal alle vernichten. Au. Au. Uch, wer fliegt denn da weg? Hä? Ach ne, das sind die einzelnen Dinger, die da runterkommen. Ich dachte, da fliegt irgendwas weg. Oh. Alter. Das ist schon ein bisschen. Brutal. Warum kriegt mein Grüner immer... Warum kriegen immer meine dicken Grünen immer alles ab? Ich guck mal, ich stell's gleich raus. Ey, ohne Spaß. Ich bin gleich raus. Ich komm gar nicht zu meinem Zug. Das ist ja echt brutal, Mann. Au. Mach Armageddon. Wenn ich dazu komme, was zu machen. Wenn ich überhaupt dazu komme, was zu machen. Oh nein. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach, nö. Ist doch Scheiße. Ähm. Ich hab da ein kleines Problem. Ich hab irgendwie nicht mehr so viele Würmer, hab ich so das Gefühl. War an einem Jetpack und verpiss dich. Äh, ohne Spaß. Äh. Machen wir das jetzt? Erstmal machen wir den hier. Alles schön auf einen Fleck runterspülen. Ey, man löscht das mal. So. Alter ist ein Stache gefallen. Ach, ich weiß nicht, ob ich hier gut stehe. Egal, ich probier's trotzdem. Da reicht doch mal, es stürzt dann die Gürmische Staduhe, dann ist das Ende. Ist mir egal. Ja, gibt ihn. Ist ein bisschen OP, aber... Ja, okay, okay. Schon mal einen Gegner getroffen? Mist, ich hab mich selbst getroffen. Ah. Das ist halt relativ mittig nur, ne? Das Amageddon. Das ist... Das ist so sinnlos, Mann. Ja, ich hoffe ja, dass... Ja, Scheiße. Na, wo bist du angehen? Stopp sie euch! Ja, ich... Mich hat's auch einemidamisch. Ah, so knapp. Das war jetzt nicht so effektiv wie das von Blake. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, aber man sieht schon, ähm... Fünf Minuten bis zum Sudden Death werden wir nicht packen. Das legt gerade, ja. Das Spiel ist kurz von unserer Dummheit überfordert. Ja, ohne Spaß. Oh mein Gott. Was ist da los? Man muss ja erstmal den ganzen Schaden berechnen, den ich gerade gemacht hab. Ja, also... An mir selbst. Ja, eben. Das bisschen. 25 und ein Wasserfall. Bedürfst du den Esel? Auf dich selbst. Hm, so viel. Ja, also... Ja, der hat auch noch drei Würmer. Oh, weia. Äh? Das... Achso, ein Turret. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. Oh. Na toll, sobald ich trampeln, dann ist sie auch gleich vorbei. Nee, das kriegt dich ja nur, wenn du dich bewegst vor dem Ding. Solange du dich nicht bewegst, passiert nix. Das ist ja eigentlich Überfall, okay. Da kannst du anderen Würmern was klauen, aber da wir sowieso alles haben. Äh, das ist wohl wahr. Bringt ja nix. Wir haben alles. Und Überfall? Ja, wir haben alles. Ach, was soll's? Aber gerne. Ja, komm, weil... Einfach, weil wir was haben und hier in der Mitte steht noch ein bisschen Insel, ne? Jawohl, erstmal... Ja, weil wir da getroffen sind. Ja, Janik wurde auch getroffen. Oh Gott. Bitte überlebe uns. Ja, das Problem ist... Ja, ich stehe da relativ sicher, weil der den ganzen Scheiß über sich hat. Oh nein. Na, okay. Weiner ist doch schon tot. Warum nochmal treffen? Triff doch mal wen anders. Oh Mann. Oh, jetzt wird's auch mal in der Enge, ne? Boah, langweilig. Boah. Tschüss. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich dachte, ich zünde das am Akkett. Also ich würde jetzt einfach mal einen Esel zünden. Aber erstmal... Wo soll der noch hinspringen? Erstmal muss ich ja weg. So. Jawohl. Jetzt heißt es schnell. Komm schon. Komm schon. Oh nein. Juhu. Okay, okay. Alles cool. Für den Esel. Für den Esel. Oh Gott. Ja, genau da hinten auch platziert. Iaah. Bitte fall weg. Boom. Meine Überlebens. Scheiße. Scheiße. Oder wegen Schaden. Meine Überlebens. Scheiße. Ach, Mist. Na ja, Winnie ist die Letzte. Oh, endlich mal ist der dran. Ey, ich hab immerhin Bronx leer. Ja, ja. Oha. Ja, das ist jetzt ein leichtes hier an der Stelle zu gewinnen, sagst du? Auf jeden Fall, ja, die hat noch drei Euro. Ja, die hat einfach noch so viel übrig. Ich hab jetzt auch so mit der Holy Hand Creator und noch weiter. Ach, du Schaden. Oder noch schlimmer Banane, so wie du es immer mit dir machst. Oh, scheiße. Oh nein. Hahaha. 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 Vor allem, oh scheiße, Freitod. Ne, ich spring dann lieber. Okay, ich hab jetzt noch ne Chance, ne? Ich hab das so kommen sehen, dass der an dem kleinen Kitzel hängen bleibt. Ich auch erst, aber ich hab mir gedacht, ach komm, mach. Weil du hast gar keine Chance. Oh, doch. Ne. Ich vertraue aufs Glück, aber... Komm schon, Armageddon, sei wenigstens einmal cool. Nein. Ah nein. Ich hab mich schon wieder selbst getroffen. Shit. Komm schon. Komm schon, Armageddon. Ach komm. Wie kann denn das nur daneben gehen? Ich kann jetzt nur drauf hoffen, dass er noch mal failed. Wieso? Äh, was? Oh. Jetzt kommt mal Ehre. Jetzt kommt mal Ehre. Hahaha. Hahaha. Geh weg, Ehre. Geh weg. Hahaha. Warte, wenn er jetzt noch auf die andere Seite rüber gesprungen wäre, unentschieden, das wäre so witzig, aber... Okay, da hat die erste Runde Bojani gewonnen. Dann sehen wir uns gleich in der zweiten. Oh, weia. Und da sind wir wieder. Zur zweiten Runde. Full Wormage. Und mal gucken wir jetzt. Schönes Anfang da von uns dreien. Der Blake darf anfangen. Oh. Der hielt sich ja erstmal direkt noch hoch. Oh, was macht dann jetzt? Den Esel. Oh nein, guck mal, wie da nur grün steht. Och fuck. Oh, nö. Lol. Nein. Ach man. Ich dachte gerade, der springt über die Kanteck. Juhu. Oh, nö. Wer kriegt mir doch Fett aufs Maul. Das wohl. Oh, ich bin dran. Cool. Oha. 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 Das denke ich mir aber auch gerade. Oha. Was kann man denn da machen? Ach komm. Wir wissen es doch alle. Ja, hört. Wir wissen alle, aber... Hoch. Äh. Warte mal. Au. Scheiße. Ich... Warum hat das nicht aktiviert? Gott kacke. Der Wind. Ich wäre dafür, dass wir ab jetzt alle fünf Wörter auspiepen. Da kannst du eigentlich eine komplette Folge piep. Naja, irgendwie schon. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und vor allem mit Explosionsfass. Ja, gib ihn. Ja komm, bauen wir mal ein Loch. Wo die ganzen Mäulwürmer reinfallen können. Oh ja. Oh, da hat er noch die Kante gekriegt, ey. Der hat sich richtig die Kante gegeben. Oha. Hup. Und dann... Nein. Ein Schaden. Ein einzelner Schaden. Ja, hier wird ja richtig rumgefehlt. Wir können ja nicht nochmal gewinnen lassen, das geht so nicht. Ja komm, was soll's. Komm, auch mal gettern aber. Ja, eigentlich muss das, ne? Ja, komm, muss. Jetzt gib ihm. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Oder du lässt dich verlocken und haust da einfach da, wo meine drei stehen jetzt ein Esel rein. Mhm. So. Nein! Oh! Oh! Der hat auch immer so an Speed zugelegt, ey. Ja, der steht ja eigentlich ganz gut. So, komm, hier, was Salz. Ja, irgendwer muss den ersten Schritt machen. Und wenn die Welt untergeht, dann mit einem riesengroßen Knall. Dann mit Moll. Ja. Und es trifft nicht einmal, komm schon. Ja, es trifft mich die ganze Zeit da unten. Ja, da unten, aber... Ja, mein Mann, mein Mann, ja. Wum. Komm schon. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie das nichts trifft. Ja, natürlich mich selbst. Ach, scheiße. Ja! 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 Hm. Viel zu viel. Guck, wie ich genau mit chirurgischer Präzision vorbeigeschossen hab. So ein Scheiß. Ich sehe da einen Esel runterkommen. Vielleicht aber meine Lieblings-Yoga-Stellung nennen. Aufgeben, der Mittelfinger bei den Mogenröte. Haha. Kenn ich das Ding. Oh, da kann man natürlich... Hohohoho. Holy Hand Grenade, danke. Tschüss. Reicht das? Du bist so kaputt lachen, wenn du da Jähchen schmeißt, das zurückkommt, den da unten trefft. Oh, jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Oh. Ja, schön in die Kuhle rein. Die stehen da. Die drei Stooges. Guckst du, wie sie da rumstehen. Hä? Bohohohoho. Alter. Oh, okay. Na, hat aber... Ich weiß nicht, ich glaub ne Banane hätte an der Stelle mehr gemacht, wenn die da... Na, mach's doch besser. Ja, ich weiß nicht. Ich hab ja nur. Im Nachhinein schlau daher schwätzen, das kann ich. Am Ende gewinnt Jani Ehe, also von daher... Ah, nein. Nein, 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 das willst du nicht. Das willst du nicht. Gut. Kannst du das nochmal machen. Ach, nein, stimmt ja. Was? Ah, okay, ich weiß, was er vorhat. Nein! Ah! Hat das Wasser nicht mehr ausgereicht, um seinen Sturz zu dämpfen. Gut. Das Spiel ist scheiße. Das Spiel ist echt scheiße. Ne, der hat ja noch 200 Lehm. Lol. Geht denn das? Ich hab keine Ahnung. Hat der das Armageddon nicht mitbekommen? Der hat's Armageddon nicht. Stell dir vor, das Armageddon und keiner geht hin. Das Spiel ist ganz viel für einen. Herzlichen Glückwunsch, Wayne. Du hast ja eben den Weltuntergang verpasst. So, guck'n wir mal. Luh, 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 luh. Och, was dann das? Gesundheit. So. Alles klar. Da steht er gut. Und wisst ihr was so lange nicht mehr hatten? Amageddon? Ja, lass mal Armageddon machen. Ah, komm schon, jetzt muss doch langsamer hier noch Platz sein. Okay, schon mal ein Treffer. Oh, der war gut. Der war richtig schön, mitten rein. Nee, nicht auf meinen. Armageddon, nein, böses Armageddon. Das ist ja voll daneben geflogen. Oha. Au. Ja? Ah, nein, nicht auf meine Leute zu gehen, aber das ist unberechenbar, die Scheiße. Okay. Irgendwas gestorben? Nein? Warum nicht? Was dein Armageddon war? Ja, wahrscheinlich. Armageddon mag mich einfach nicht. Oh, weia. Das sieht noch mal Bunkerbombe aus. Ich glaube nicht, dass das eine Bunkerbombe ist. Bunkerbombe? Bunkerbombe. Ja, viel Zeit ist nicht mehr, ne? Nicht klapp. Ich muss mich konzentrieren. Ruhe. Maestro, konzentriert sich grad. Oh, Janil. Oh, ja. Ach, da ist noch ein Nippel. Ich wollte gerade sagen. Nippel hat er gesagt. Und das ist ja englisch. Was ist denn das überhaupt? Ach, das ist ein Napalmangriff. Okay, verstehe. Ja, es gibt schon ein paar lustige Sachen, aber so die Massenvernichtung sind tatsächlich Armageddon und der Esel. Würde ich fast sagen. Büffel der Lüge? Äh, der Büffel? Ja, den kannst du laufen lassen, dann rennt der da irgendwo davor, also davor und explodiert jedes Mal dabei. Und fräst sich quasi so wie der Esel von oben nach unten, bloß von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem wie oben den laufen lässt. Ich habe immer so derbe Ideen. Der Esel, tschüss. Dieser scheiß Bippus. Okay, jetzt muss ich gucken. So, wenn wir jetzt gerade schon... Oh, fuck. Oh Gott, ich bin sofort am Fällen, Mann. Warte mal, ich muss mich mal hier ein bisschen... Nein, ich hatte da was vor. Positionieren. So. Ja, komm, nehmen wir doch. Komm. Was soll der Geiz? Oh, nö, ich wusste es. So, ich hoffe, das passt jetzt. Nein! Falsche Richtung! Du blöder Kackesel! Scheiße! Ach Mann, warum springt der nicht so unberechenbar? Diese Massenvernichtungswaffen mögen mich einfach nicht und ich mag sie auch nicht. So, ich gehe jetzt schmollen. Tschüss! Wir haben es bis zum Sudden Dev geschafft. Wir haben es bis zum Sudden Dev geschafft. Wir haben so viel rumgefehlt, dass wir es bis zum Sudden Dev geschafft haben. Ich bin sehr erstaunt. Oha. 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 Ach der Wurm ist dran. Oha. 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 Amageddon. Amageddon. gerne. Oha. Du denkst immer, die schlagen direkt ein, aber dabei sind sie nie im Vordergrund. Also ich will ja nichts sagen, aber wir haben da einen richtig hübschen Turm noch übrig, wenn wir die ganzen Würmer da draufheben. Oh. Nein! Dann ist der hin. Ach nein. Mein armer kleiner 225er. Ist ja jetzt kacke. Nicht nur der wird hin sein. Oh oh. Bin ich mal gespannt. Ich mach jetzt ein übelst taktisches Manöver. Du springst ins Wasser? Übelst taktisch. Ja, dieser dünne Turm, der ist mir noch nicht dünn genug. Da müssen wir noch ein bisschen dran pfeilen. Au. Au. In der Mitte hast du noch was vergessen. Da ist noch so ein kleiner Pipus. Ja, jetzt hast du den Lisch. Oha. Oh, schön. Aber ich glaub der ist tot. Ich glaub der hat genug Schaden bekommen. Ja, der ist hin. Okay. Oh, der lebt noch. Der lebt noch. Und? Leertaste. Erstmal Armageddon zünden. Ne, das geht an der Stelle nicht. Ich kann jetzt hier nicht. Ach so. Fuck. Du könntest auch rein theoretisch jetzt unendlich auf deine Leute wiederbleiben, ne? Ne. Wenn sie weg sind? Also wenn sie... Ja gut, das mal ausgenommen. Okay. Ich mach mal was... Also ich versuch mal was. Gewagt? Armageddon. Aber äh... Ich weiß was er macht. Oder? Was ist das? Banane. Ach komm schon! Ge weg! Ja! Scheiße! Ja! Boah! 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 Aber es hat funktioniert! Ja! Das ist so was. Ja! Ja! So was ist sowas von braunen Armageddon und alles fällt ins Wasser und nichts trifft mehr. Boah! 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 Lass mich mal überlegen. Lass mich mal überlegen. Boah! Oah! wir haben noch jeder ein wohnen also was soll schon passieren ich muss dich ja jetzt quasi direkt töten ich hab schon fettes schwein das könnte gleich da bis zu dem lippel da drüben kommst du nicht ach du kleiner ja komm doch hoch und hau mich komm doch ja ok das würde vielleicht gehen ach nein ja stimmt ja wir haben ja was sollte ich machen meine güte der fette wäre sowieso nicht bis darüber gekommen ja damit hat ja die zwei spiele gewonnen das ist vorbei herzlichen glückwunsch jani wer ist effektiv zweiter geworden ich glaube wir beide weil ich war einmal zweiter und du einmal also wir haben uns da im zweiten und dritten abgewechselt naja gut gegen jani kommen wir da nicht an wenn jani aber gern hat macht alles platt und in diesem sinne bedanke mich für euch fürs zuschauen und wird sagen hauts rein und tschau tschau